hallo und herzlich willkommen meine lieben ja wie ihr seht ich bin immer noch schon wieder unterwegs ich habe es heute leider nicht geschafft die aktuellen seien zu produzieren aufgrund der arbeitssituation das ist ein bisschen mehr und länger unterwegs als gedacht dementsprechend werden heute leider die aktuellen zahlen eventuell heute nach dem live je nachdem wie fit ich dann noch bin noch kurz nachgelegt ansonsten lasse ich sie heute halt leider mal ausfallen dass ihr da schon mal bescheid ist meine lieben morgen hoffe ich ja morgen muss wieder normal klappen ja ist wieder die übliche situation ein bisschen zu wenig personal unterwegs ist gerade am wochenende kann das schon mal länger dauern also nicht dass ihr euch wundert dass heute keine aktuellen zahlen kommen ich schaffe es einfach nicht zu produzieren ich werde aber um 21 uhr 21 uhr 15 in der ecke rum live kommen werde das dann natürlich auf telegramm auch wieder teilen sobald ich den link abrufen kann bei youtube und hoffe dann auf einen interessanten live wieder mit euch verschiedene themen werden wir mit sicherheit wieder finden über die wir reden können und in dem sinne wünsche ich euch jetzt noch einen schönen abend und sag mal bis nachher im live meine lieben